Dieser geräumige und äußerst praktische Ford Focus Turnier könnt ihr schon bald vor ihrer Tür parken. Wir freuen uns über Ihren Besuch im Auto aus Wismar. Der Motor erfüllt die neuesten Abgas- und Umweltvorschriften. Damit sind grüne Plakette und günstige Steuer garantiert. Die großen elektrischen Außenspiegel bieten beste Übersicht. Fünf Türen erleichtern den Einstieg auch hinten. Hier finden drei Personen bequem Platz. Zu den 16 Zoll Sommerrädern gibt es noch ein Reserverad-Notrad. Und denken Sie auch an Ihre Winterräder. Wir haben immer super Angebote. Die Vordersitze bieten viel Komfort, auch auf längeren Touren. Fußmatten gibt es bei uns dazu. Das umfangreiche Sicherheitspaket in diesem Fokus schützt Sie rundum mit ABS, ESP und sechs Airbags. Die Klimaanlage mit Pollenfilter sorgt für Wohlbehagen. Zum CD-Radio gehört auch ein USB-Anschluss und eine Lenkradbedienung. Für Ihren älteren Gebrauchtwagen machen wir Ihnen einen super Entzahlungnahmepreis. Auch telefonisch. Mit diesem äußerst günstigen Ford Focus Trend werden Sie äußerst viel Spaß haben. Die Ausstattung ist komplett und es gibt fünf Jahre Garantie dazu. Schauen Sie doch mal rein und fahren Sie in einfach Probe. Das Team von Wisman freut sich auf Sie. Besuchen Sie uns auch samstags bis 17.30 Uhr. Bei uns können Sie auf die Inspektion warten oder Ihr neues Auto gleich mitnehmen. Oh, gut, dass Sie schon anrufen. Das Team von Wisman freut sich auf Sie.